. 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 Mal einen Platz. Gut, super. Jetzt wirst du dich mal trennen mit der Hand. Mach dir meinen Kopf mal nicht so nach außen. Ja, genau. Nein. Viel besser. Wir haben vorne ein bisschen mehr die Hand. Der unten ein bisschen nach vorne kommt. Rechtsrum. Das ist links. Gut, bestätigen, bestätigen, bestätigen. Jetzt mal eine ganz enge Linkswendung, dass die auf der vorne dreht. Du? Ja, nochmal. Die Leine hast du sonst zur Hilfe genommen. Wie guckst du hier an dich? Wieder rein in die Mitte. Wieder raus. Ja. Gut, reicht. Gut, Guill Feng? Untertitelung des ZDF, 2020